Einleitung und 360 Grad Ansicht Im März dieses Jahres haben wir die kleinere Schwester der TZ-Zwillinge, die Panasonic Lumix DMC-TZ36 getestet. Nun hat es auch das Spitzenmodell der Reisesoom-Kameras, die TZ-41 von Panasonic, ins Testlabor geschafft. Dieses ist in vielen Punkten deutlich besser ausgestattet, nur beim Objektiv hat man sich für das Identische entschieden. Das Leica Vario Elmar deckt einen Kleinbild-äquivalenten Brennweitenbereich von 24 bis 480 mm bei einer Lichtstärke von f3,3 bis f6,4 ab. Zur Bildaufnahme hat Panasonic die TZ-41 mit einem 1 zu 2,33 Zoll großen MOS-Sensor mit einer Auflösung von 18,0 Megapixel bestückt. Dieser löst damit rund 2 Megapixel mehr als bei der TZ-36 und 4 Megapixel mehr als beim Vorgängermodell TZ-31 auf. Auch bei der Sensorempfindlichkeit bietet der Sensor der TZ-41 eine ISO-Stufe mehr. Hier sind somit ISO 6400 möglich. Mit einer doppelt so hohen Auflösung wie bei der TZ-36 kann die TZ-41 beim Display glänzen. Das 3,0 Zoll große LCD stellt 920.000 Subpixel dar und besitzt eine Touchscreen-Oberfläche. Videos werden von der TZ-41 in Full-HD-Auflösung mit 1920x1080 Pixel und 50 Vollbildern pro Sekunde im AVCHD-Format aufgenommen, was dem aktuell besten Standard entspricht. Als Fotoprogramme bietet die TZ-41 eine intelligente Automatik, die PASM-Modi und zwei Custom-Programme. Zudem besitzt sie mehrere Szenen-Modi und verschiedene Kreativfilter. Bilder und Videos werden von der Reisesum-Kamera auf SD, SDHC oder SDXC-Speicherkarten abgelegt. Die 10,8 x 5,9 x 2,8 cm große und mit Akku sowie der Speicherkarte 195g schwere Lumix TZ-41 besitzt außerdem einen GPS-Empfänger und ein Wi-Fi-Modul. Neben diesem Einführungsvideo stellen wir Ihnen die Kamera in weiteren Videos detailliert vor. Darin erfahren Sie zum Beispiel Näheres zur Ausstattung, dem Bildstabilisator und der Bildqualität. Untertitelung des ZDF, 2020